Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Reasonable Crowd von Lackmann und Rook in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jawohl, Lackmann und Rook haben mal wieder ein Album gemeinsam gemacht. Reasonable Crowd nennt sich das Ganze. Der Albumtitel kommt vielleicht dem einen oder anderen etwas bekannt vor, denn es ist angelehnt an, wir sehen es hier, Reasonable Doubt von Jay-Z. Und so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier die Vinyl. Bevor wir uns das Ganze im Detail ansehen, werden wir mal die Folie aufschneiden. Und dann schauen wir mal rein. So. Also wie auch das Album von Jay-Z ist das Ganze hier in schwarz-weiß gehalten. Was ich gerade bemerke ist, dass das hier so dran gemacht ist. Also das, dazu kommen wir dann gleich noch. Wir haben hier die Vinyl Edition. Auf der linken Seite haben wir so Panzerband mehr oder weniger verklebt. Und zwar lesen wir hier Reasonable Crowd, Lackmann und Rook. Und dann haben wir hier noch das Logo von Eartouch Entertainment, das Label. Auf der rechten Seite haben wir Lackmann. Hier so zur Hälfte von hinten zu sehen. Wir kennen hier so ein kleines Armbändchen und eine Nike-Hose, eine Nike-Jogginghose. So. Und dann haben wir hier so etwas wie so einen kleinen Umschlag, der hier links noch dran war. So sieht das aus. Dann haben wir hier die Features aufgelistet. Da sind echt eine Menge mit dabei. Und dann haben wir hier noch die Beteiligten, einen Teil der Credits und natürlich die Labels der Beteiligten, die Logos der Beteiligten Labels und einen Barcode. Gut. Gut. Habe ich so angegesehen, dass man so etwas bei einer Vinyl mit drauf packt. Auf der Seite lesen wir hier nichts weiter. Und auf der Rückseite ist das Ganze dann ebenso schlicht gehalten. Wie gesagt, ursprünglich war das dann ja von der Optik so. Und ohne das haben wir hier so einen wolkenverhangenen Himmel und einen alten Basketballkorb. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und zwar haben wir hier eine Stiege, eine breite Treppe hier, die ziemlich leer aussieht. Rechts noch eine Rolltreppe. Und in der Mitte, auch wieder hier in dieser Panzerbandoptik, haben wir dann die Tracklist. Seite A und Seite B. Gut. Dann schauen wir mal. Also wir haben hier auf der Seite A neun Tracks, Seite B sieben Tracks, damit kommen wir auf insgesamt 16 Stück. Und wir haben hier wie gesagt jede Menge Features. Und zwar haben wir hier ein Feature von Yaila oder Jaila. Muss ich ehrlich sagen, die Person kenne ich nicht. Aber natürlich jede Menge Rapfeatures. Und zwar Syllable Spill ist mit dabei. Flipstar, Cool Savage, Sido, El Karim, BOZ, BK, Fat Tony, Magic Mess, Cup Kentrix und ich glaube das war's. Ja. Also jede Menge Herrschaften hier mit dabei. A und B Seite. Jetzt fragt man sich natürlich, okay wir haben hier eine Doppelvinyl, die hier in eine Gatefold kommt. Und wir haben hier aber nur eine Vinyl mehr oder weniger abgebildet bei dieser Tracklist. Und das liegt daran, wir schauen jetzt mal kurz rein. So, das ist Vinyl Nummer 1. Und das ist Vinyl Nummer 2. Und zwar befinden sich auf der zweiten Vinyl die Instrumentals zum Album. Ja, selten aber doch gibt es das, dass bei Vinyls auch Instrumentals dabei sind. Aber damit nicht genug. Wir haben hier noch mehr mit dabei. Und zwar gibt es hier noch ein Poster. Dann haben wir hier noch Sticker. Holen wir mal raus. Noch mehr Sticker. Und wir haben hier zusätzlich auch noch eine 7-Inch Bonus-Vinyl. Ein Booklet. Und das Album auf CD. Ja, also es ist schon mehr oder weniger ein Vinyl-Bundle vom Inhalt. Sehr reich gefüllt, diese Doppelvinyl. Wir packen das Ganze mal derweil zur Seite. Und schauen uns natürlich zuerst einmal die beiden Vinyls an. So, also, so sieht das hier aus. Wir haben hier zwei Vinyls. Ich glaube, das ist Vinyl Nummer 1. Und das Ganze sieht so aus wie Bahnstrecken. Also, wenn wir es mal richtig rum nehmen, genau so rum, dann haben wir hier die Bahngleise. Also so ein Schacht. Und so sieht das Ganze aus. Hier so sehr düster in schwarz und weiß. Also, ein einsamer Bahnschacht. Und hier haben wir dann noch so die diversen Kiosk-Fassaden. Sieht auf jeden Fall etwas unheimlich aus. So, dann haben wir hier auf der Seite die Öffnung. Schauen wir uns mal an. Jawohl. Das ist die Vinyl. Die kommt hier in einer transparenten Optik. Also, man kann hier wirklich so durchsehen. Reasonable Crowd A. Darüber Lackmann und Rook. Die Seite hier, das Zentrum hier komplett wieder in dieser Panzerbandoptik. Und auf der Rückseite natürlich die B-Seite. Wie gesagt, auf dieser einzelnen Vinyl sind schon die 16 Album-Tracks drauf. Und deshalb hat man dann die zweite Vinyl genommen und hat hier die Instrumentals mit draufgepackt. So, auch hier haben wir wieder so einen Schacht. Und auf der Rückseite haben wir einmal eine Bahn von ihnen. So sieht die aus. Auch hier wieder kein Mensch zu sehen. Dann schauen wir uns die Vinyl mal an. Und auch diese kommt natürlich in einer transparenten Optik. Also, Doppel-Vinyl, transparent. Und hier lesen wir schon. Reasonable Crowd, Instrumentals A und Instrumentals B. Ja, bedeutet 16 Tracks auf der Vinyl Nummer 1 und auf der Vinyl Nummer 2 die Instrumentals zu diesem Album. Wunderbar. Aber damit nicht genug. Wir haben auch noch das Album auf CD. Das, muss ich ehrlich sagen, finde ich immer sehr gut. Wenn man sich eine Vinyl kauft, dann sollte man entweder die Vinyl nochmal hier als CD dabei haben, also das Album auf CD. oder zumindest einen Download-Code mit beilegen, ist meiner Meinung nach schon ein Muss in der heutigen Zeit. So, EarTouch Entertainment 2020 aufgenommen. Okay, also die Credits nochmal. Und die Tracklist, klar. Die CD sieht so aus. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So, als nächstes haben wir hier noch drei Sticker mit dabei. Die sind ident, also alle so im Querformat, so rechteckig. Larkman & Rook und das EarTouch Entertainment Logo. Dreimal hier mit dabei. Und weiter geht's mit einem Bookland. Also, das haben wir hier auch noch mit dabei. Die Fotos, die wir auf den Vinylhüllen drauf haben, sehen wir hier nochmal. Plus noch eine weitere Aufnahme. So sieht das aus. Und auch hier nochmal die Credits, die Infos. Sehr schön. Eine Bonus-Vinyl ist auch noch mit dabei. Und zwar ist das diese hier. Also eine kleine, eine 7-Inch-Vinyl. Larkman & Rook lesen wir auch hier. Wo geht das auf? Hier. Also kommt hier in einer weißen Papierhülle. Die Vinyl, ganz klassisch, in schwarz gehalten. Und hier haben wir den Track Triketa mit Cool Savasch und Sido. Mit Cuts von Shinj33. Track und Instrumental. Und auf der Rückseite A Cappella und Rook Drum Kit. Also, vier Tricks gibt's hier nochmal oben drauf auf dieser 7-Inch-Vinyl. Die gibt's meines Wissens wirklich nur in diesem speziellen Vinyl-Bundle, in dieser Vinyl-Edition. Und dann haben wir natürlich auch noch das Poster. Das kommt hier, wie wir sehen können, einseitig bedruckt. Rückseite ist blank weiß. Und bei dem Poster haben wir hier auch wieder das Cover, allerdings hier im Hochformat. Und hier unten wieder die bekannten Beschriftungen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl-Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir die 7-Inch-Vinyl, die Bonus-Vinyl mit vier Tracks. Das Booklet zum Album Reasonable Crowd, die drei Sticker, das Album auf CD, kommt hier in einer Papphülle. Und natürlich die beiden Vinyls, einmal, zweimal die transparenten Vinyls, also einmal Album und einmal Album Instrumentals. So, jetzt schaue ich noch einmal ganz kurz zur Sicherheit nach, ob wir hier wirklich auch alles raus haben. Ja, sieht gut aus. Also, das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition Reasonable Crowd von Lackmann und Rook. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lackmann und Rook unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.